Und jetzt sind wir auch wieder bei Let's Play Tomb Raider 4. Ja, das letzte Mal haben wir hier irgendwas gesucht und nicht gefunden. Okay. Irgendwie hat nichts, äh... Aaaaaahhh... Die beiden laufen zu dem nah hin. Das heißt, wenn ich den ausschalte, dann wird der aktiviert und der wird deaktiviert. So wie der deaktiviert. Ah, mal eben überlegen. Der aktiviert die beiden. Der deaktiviert dann die beiden. Dann wird man sich jetzt mal eben... ein bisschen... ...übergelegen. Wenn ich den dann anknapse, damit er aktiviert... Aber das bringt es ja auch nicht. Dann müsste ich ja eigentlich den hier deaktivieren. Damit dort hinten wieder aktiv ist. Dann muss ich... Ah. Damit haben wir die drei an und die vier sind aus. Wenn ich den jetzt ausmache, dann sind die beiden an und dann machen wir den hier wieder aus. Pfff... Wenn ich den anknipse, dann wird der und der ausgescheitert. Äh, jetzt muss ich mal eben, wenn ich dann den anknipse, dann wird er hier wieder ausgemacht und er wird angeknipst. Nee, Quatsch. Er wird ausgeknipst. Oh ne, das ist doof. Wenn ich ihn ausmache, dann wird er aktiviert. Dann wird der, den ich eben gerade ausgemacht habe. Der wird deaktiviert. Jetzt machen wir mal. Damit brennt alles bis auf einen. Nein, das ist doof. Jetzt muss ich mal... Wenn ich den hier ausschalte... Wenn ich den hier ausschalte... ...müsste ich den ranschalten? Das bringt aber auch nichts. Bei der ist im Moment aus. Wenn ich den hier ausschalte... Wenn ich den hier ausschalte, dann wird das wieder... Oh, Mann. Manometer. Manometer. ... 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 Ach ja. Lara. So, ein kleines Bad genommen. Ist ja auch manchmal wüsste ich. Denken zumindest die Leute. Irgendwie beschleicht mit ein kleines Gefühl, dass sie speichern sollte. Oh, wir sind oben. Wir sind Elben. Was aber gar nicht mal so doof ist. So, wir hatten aber hier noch einen Weg. Sehr genial, wie Lara auf der Leiter einfach mal drauf klettert. So, haben wir aber irgendwas irgendwo irgendwie hier. Weil wir am Basen. Mit einem Medi-Pack. Wir haben aber sonst nichts hier. Das heißt ja wirklich umsonst. Nichts passiert. Das ist gar nichts. Gar nichts. 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 Nichts passiert. Warum kann ich eigentlich diese Schriftrollen nicht aufsammeln? Mann. Mann. Hier gab es sonst nichts mehr, ne? Habt ihr eigentlich auch so ein Fuseln manchmal bei den... beim Bild? Hab ich es manchmal hier. Findet ihr unschön. Naga. Du mit deiner komischen Kameraposition hier. Oh. Diese Kameraposition ist ein bisschen verwirrend. Das sieht mir so nach... Du kommst nie wieder dann zurück hierher hoch. Weg aus. Und das finde ich nicht so schön. Einfach mal sinnfrei abspeisern. Das ist doch schon dafür gedacht, dass das da irgendwie runter bricht. Dass das irgendwas irgendwie irgendwo irgendwann mal runter bricht. So, was haben wir bei Tour Nummer 3? Fall doch hin, Laura. Fall einfach hin. Willst du mich verblödeln? Nein. Mann, Lara! Oh, diese blöden Säulen, ne? Oh, diese blöden Säulen? Oh, diese blöden Säulen? Untertitelung des ZDF, 2020